Yo, der Kästig hier und herzlich willkommen zu dem Germ-Top-Code-Shot des 15.01.2012, wo der Player Steve uns zeigt mit seiner Stakeout, wie man damit, glaube ich, auf Newtown richtig umgeht. Ich glaube, jeder Kill ist dabei. Ja, hier einer, hier sind es zwei, hier ist es ein Double-Kill. Also ich finde es richtig geil. Also insgesamt neun Leute waren es, glaube ich. Und ja, wenn ihr auch so geile Clips habt, dann sendet sie uns unter germantopcodeshot.yahoo.de. Ja, die Erlaubnis uns auf Twitter zu folgen und auf Facebook zu liken, die habt ihr natürlich auch. Die Links und die Namen findet ihr am Ende des Videos. Deswegen, macht's gut Leute, ciao, bis dahin, euer Kaystig.